Das Ripple bzw. XRP Trading Volumen steigt und steigt und bei einem stellt nun Derivate und Future Produkte ein in Deutschland. Das sind unter anderem die Themen, die wir uns heute ansehen werden. Lass noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniere fix meinen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Der Sponsor des heutigen Videos ist TenCent. TenCent möchte eine Brücke zwischen dem Krypto- und Stockmarket aufbauen. Alle weiteren Informationen findet ihr am Ende des Videos, wenn ich auf das Projekt nochmal in Ruhe eingehe. Starten wir direkt rein mit dem allerersten Thema und hierbei geht es um das Trading Volumen von XRP, das im zweiten Quartal 2021 komplett verdoppelt wurde. Und zusätzlich sollen NFTs in Zukunft kommen. Dass es rund um XRP gerade sehr rosig aussieht, das haben wir schon mitbekommen. XRP konnte vor allem, nachdem es Neuigkeiten aus Japan gab, erst einmal um über 10% ansteigen. Parallel dazu sehen wir, dass das tägliche XRP Trading Volumen in Q2 auf über 4 Milliarden US-Dollar verdoppelt werden konnte. Im Vergleich dazu haben wir in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 jeweils ein Trading Volumen von 2,26 Milliarden US-Dollar verzeichnen können. Man sieht also schon einen sehr, sehr starken Anstieg. XRP ist damit die fünftgrößte Kryptowährung nach dem täglichen Volumen. Natürlich ist Tether ganz vorne, dann der Bitcoin-ETH und Binance-USD anschließend folgt dann schon direkt XRP. Und das Ganze spricht natürlich auch für den Preisanstieg, den wir gesehen haben. Aber das ist eben nicht der einzige Grund, sondern wie angekündigt gab es ja einen ersten On-Demand Liquiditäts-Service, also ODL in Japan. Dadurch sind direkt die XRP-Preise um 19% gestiegen und das Unternehmen führt die Expansion in der Region Asien-Pazifik weiter voran. Die ganzen Geschichten haben sie bereits initiiert, als es den Streit mit der SEC und die Klage bereits gab, weil sie mitbekommen haben und natürlich auch zukunftsorientiert genug gehandelt haben und wissen, dass sie nicht alle Karten nur auf die USA legen können, sondern dass es global sich auszubreiten deutlich mehr Sinn macht. Das ist jedenfalls so die Strategie. Das heißt also, sie haben vor allem im asiatischen Raum sehr starke Partnerschaften aufbauen können und dort wird tatsächlich auch das erste Mal ODL richtig genutzt. Und das hat direkt erstmal dazu geführt, dass zum einen immer mehr XRP verbrannt werden, auf der anderen Seite aber eben auch der Preis pro XRP steigen konnte. Das Ganze passiert parallel zu der eigentlichen Klage mit der SEC. Dabei geht es um einen womöglich nicht registrierten Wertpapierverkauf in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar. Den Streit gibt es seit dem vergangenen Dezember. Es gibt bis jetzt noch keine Einigung und wir hoffen natürlich, dass wir bis zum Ende des Jahres hier Informationen haben werden über zum Beispiel eine Urteilsverkündung oder ähnliches. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es aber noch nicht so richtig danach aus, denn sowohl die SEC als auch Ripple Labs duellieren sich hier permanent. Und es gibt immer mal wieder Teilerfolge von beiden Behörden bzw. von der Behörde und dem Unternehmen. Und auch hier werden wir sicherlich in Zukunft noch einiges mitbekommen. Sollte diese Klage in diesem Jahr noch wegfallen und sollte XRP bzw. Ripple Labs dadurch mehr Möglichkeiten auch in den USA haben, gehe ich stark davon aus, dass sich das ebenfalls wieder auf die XRP-Situation auswirken wird. Parallel dazu hat Ripple nun Investitionen in den NFT-Marktplatz Mintable bekannt gegeben. Auch hier versuchen sie also weiter daran zu arbeiten, das eigene Ökosystem voranzubringen. Und sie sagten dazu folgendes. Mit Plänen für eine XRP-Ledger-Integration erschließt Mintable die Massenakzeptanz von Kryptowährungen und ermöglicht es, dass Potenzial Milliarden von NFTs auf nachhaltige und kosteneffiziente Weise geprägt, gekauft und übertragen werden können. Also auch hier kann XRP punkten bzw. Ripple, denn die arbeiten immer noch daran, weitere Partnerschaften aufzubauen, investieren in das ein oder andere sehr interessante Projekt und versuchen so natürlich auch ihre sogenannte XRP-Ledger-Integration eben voranzubringen. Was glaubst du eigentlich? Hat XRP das Potenzial, im Laufe der kommenden Jahre sogar bis auf 10 Dollar anzusteigen? Schreib das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn du dich aktuell mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltest du dir zum einen die absolute Pflichtlektüre in dem Kontext durchlesen. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und hinter dem zweiten Link verbirgt sich ein Hardware-Wallet, was aktuell um 30% reduziert ist. Sehen wir uns das zweite Thema an. Und hierbei geht es um die aktuelle Bitcoin-Situation. Wir haben kurzzeitig die 42.000 US-Dollar erreichen können. Aktuell sind wir ungefähr bei 41.800 US-Dollar unterwegs, wobei sich das im Laufe des Tages auch wieder verändern kann. Und viele fragen sich natürlich nun, was als nächstes passieren wird. Einige Analysten sprachen vor allem darüber, dass es in der nächsten Zeit nochmal eine Korrekturrichtung 29.300 US-Dollar geben kann. Und dass es erst anschließend einen richtig starken parabolischen Anstieg geben soll. Ich persönlich denke, dass wir das Potenzial haben, die nächsten wichtigen Unterstützungsniveaus zu erreichen und diese eben auch zu Unterstützungsniveaus zu machen und zu implementieren. Und anschließend bis zum Ende des Jahres eben das Potenzial haben, sogar das All-Time-High wieder zu erreichen. Das ist meine Ansicht dahinter. Wir haben ja gestern zum Beispiel auch darüber gesprochen, welche unglaublich gigantischen Prognosen so aufgestellt werden. Dort sieht man sehr schnell Summen, weit über 100.000 Dollar bis sogar zu einer Million US-Dollar pro Bitcoin. Und das halte ich erst einmal nicht für realistisch, auch wenn ich mich in dem Kontext gerne täusche. Auch Plan B hat sich nun nochmal dazu geäußert und ist der Meinung, dass der Boden aktuell bei 43.000 US-Dollar liegen soll. Das ist seine Ansicht der ganzen Geschichte und er glaubt weiterhin, dass wir bis Ende 2021 knapp 135.000 US-Dollar pro Bitcoin sehen werden. Ich bin extrem gespannt, ob er recht behalten wird. Das Stock-to-Flow-Modell, das er hier als Indikator benutzt, das hat in der Vergangenheit schon recht gut funktioniert. Dafür müssten wir im August nun einmal die 47.000 US-Dollar erreichen, im September bei 43.000 US-Dollar liegen, im Oktober bei 63.000 US-Dollar, damit wir dann im November auf 98.000 und im Dezember auf 135.000 US-Dollar steigen können. Das sind jedenfalls die Ansichten, die Plan B hier auf Twitter geteilt hat. Und hier sieht man auch wieder, wie unglaublich bullish er weiterhin an den Bitcoin und an die Performance glaubt. Sehen wir uns da nun noch das letzte Thema an und hierbei geht es vor allem um Binance, denn sie stellen nun in Europa Derivate und Future Trading in Europa ein. Also das Ganze wird definitiv Auswirkungen auf jeden haben, der aktiv auf Binance tradet und das eben auch in Zukunft vorhatte. Es wird in Deutschland, Italien und in den Niederlanden keine Möglichkeit mehr geben, ein Future-Konto zu eröffnen und alle offenen und bestehenden Positionen müssen zu einem noch nicht genannten Datum geschlossen werden. Man möchte also diese ganzen regulatorischen Hürden nehmen. Das scheint erst einmal die Bestrebung zu sein. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, proaktiv also die Schritte zur Harmonisierung der Kryptobestimmungen zu unternehmen. Also sie wollen, bevor es weitere Probleme mit Behörden gibt, eben anfangen, schon mal die Produkte vom Markt zu nehmen, um sich um diese regulatorischen Fragen zu kümmern, diese zu lösen, um dann anschließend die Future- und Derivatprodukte wieder direkt anbieten zu können. Es bleibt spannend. Die Frage ist natürlich, wie es mit Binance weitergeht. Viele glauben, dass Binance dadurch verloren hat und auch in Zukunft nicht mehr das Potenzial hat, wieder sich aufzubauen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch bedenken, dass die Plattform nun mal, wenn es um das Volumen geht, die weltgrößte Kryptobörse überhaupt ist. Damit werden sie auch ordentlich Kapital haben. Parallel dazu haben sie das Potenzial eben auch, hier weitere interessante Mitarbeiter zu finden, die sich mit diesen regulatorischen Fragen auskennen, um in ganz Europa oder sogar global diese Bestimmungen einzuhalten. Denn dass sie unter Beschutz sind, das wissen wir. Doch ich glaube, dass CZ und das Team, das hinter ihm steht, eine Lösung dafür finden wird. Denn sie scheinen ja Bestrebungen zu verfolgen, tatsächlich die regulatorischen Anforderungen hier zu erfüllen von verschiedenen Ländern und Behörden. Das bleibt also spannend. Trotzdem sollte man vorsichtig sein. Und wenn man sich unsicher ist, seine Bestände von Binance runterholen. Dafür geeignet sind entweder andere Kryptobörsen, wobei man dabei aufpassen muss, in dem Moment, wo man den Private Key nicht hat, hat man eben auch die Kontrolle nicht über seine eigenen Bestände. Jedenfalls könnte die Börse, wenn sie nicht mehr existiert oder ähnliches, eben auch den Zugriff damit verweigern. Deswegen sind eher Hardware-Wallets das Maß der Dinge. Dort kann man eben den Private Key selber verwalten, muss sich eben auch darum kümmern und ist auf der anderen Seite aber komplett unabhängig von allen anderen Institutionen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht der sicherste Weg, den man hier einschlagen kann. Der Sponsor des heutigen Videos ist TenCET. TenCET ist eine Brücke zwischen Krypto und dem Aktienmarkt. Das ist jedenfalls die Idee, die dahinter steckt. Und dieser Coin hat eine Menge Potenzial. Und ich möchte euch einmal erklären, warum und wie das Ganze funktioniert. Das Ganze funktioniert wie folgt. Und zwar hat man durch das Investment in den sogenannten TenCET Coin automatisch Staking aktiviert. Normalerweise, wie zum Beispiel im Cardano oder ETH-Kontext, muss man also eine bestimmte Menge an Kryptowährungen bereitstellen. Hier reicht lediglich die Investition in TenCET. Und anschließend gibt es durch einen sogenannten RFI-Mechanismus automatisch Vorteile bzw. Rewards. Außerdem ist TenCET deflationär. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und parallel dazu gibt es ein sogenanntes Smart Backing. Das bedeutet, dass der TenCET-Token für eine Mischung aus verschiedenen Aktien und Kryptowährungen steht. Und auch in Zukunft soll es ein Launchpad geben, wo also verschiedene Holder bzw. interessante Themen, Projekte usw. umgesetzt werden können. Und so kann man sich als Investor dann eben auch platzieren und daran partizipieren. Wir gucken uns nun erst einmal eine der wichtigsten Graphen an. Und hierbei geht es um TenCET ETF 2.0. Das Ganze läuft wie folgt ab. Der User, der kauft sich quasi seinen TenCET-Token mit ETH. Und das Schöne ist, ab dem 3. August wird es eben auch über PancakeSwap möglich sein, die TenCET-Token sich zu organisieren. Und wichtig ist hierbei vielleicht auch zu wissen, dass wir hier aktuell bei 1,67 Euro liegen. In den letzten 24 Stunden ein Plus von knapp 10% verzeichnen konnten und das All-Time-High bei über 5 Euro lag. Also auch hier ist noch einiges an Möglichkeiten und Potenzial eben offen. Und jetzt gucken wir uns nochmal weiter an, wie das funktioniert. Das heißt also, wir holen uns also unsere TenCET-Token. Und automatisch dadurch gibt es eine einprozentige Fee, die direkt an alle TenCET-Holder ausgezahlt wird. Hier geht es also um dieses Staking, was man nicht aktiv ansteuert, sondern direkt passiv eben umgesetzt wird. Heißt also, durch jede Transaktion bekommt jeder der TenCET-Token halt eben automatisch eben 1% wieder zurück. Parallel dazu werden dann eben auch 1% Fee direkt verbrannt, so wie wir es bei verschiedensten Kryptowährungen eben kennen. Das Ganze wirkt sich dann deflationär auf die Kryptowährung aus. Parallel dazu hat sich TenCET dazu entschieden, 30% der Profite direkt in Buybacks zu investieren. Also auch hier werden TenCET-Token zurückgekauft und direkt geburnt. Also auch hier gibt es wieder einen deflationären Mechanismus und mit dem Gewinn investieren sie dann eben in verschiedene Unternehmen oder auch in Kryptowährungen. Das Ganze ist hier auch nochmal aufgezeichnet. Das heißt also, dieses Bridging mit dem Stock Market bedeutet dann letztendlich, dass der TenCET-Token dann eine Zusammensetzung aus verschiedenen Investments ist. Das heißt zum Beispiel einem Bitcoin-Investment oder einem ETH-Investment oder eben auch Pinterest, Coca-Cola oder auch AT&T. Hier gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Das könnte auch einen Amazon, einen Paypal und alle anderen Nasdaq-notierten Unternehmen bzw. Aktienunternehmen könnten hier also mit aufgenommen werden. Da wird sich dann TenCET quasi selber entscheiden bzw. überlegen, welche Projekte dann hier mit in das Portfolio aufgenommen werden. Und so soll sich dann quasi zum einen durch das deflationäre Verhalten, also das heißt durch das Verbrennen des TenCET-Tokens der Preis entwickeln, aber auch auf der anderen Seite durch die Investitionen in verschiedenste Unternehmensstrukturen bzw. Kryptowährungen, um so also den sogenannten ETF 2.0 aufzubauen. Das Ganze hat also schon mal eine Menge Potenzial und ist einfach mal ein komplett anderer Anwendungsfall, der so funktionieren kann. Außerdem sitzt das Unternehmen in Albanien, hat ein richtiges Headquarter, ein Core-Team und natürlich sitzen sie zusammen. Das ist jedenfalls auch am 3. August geplant, wenn der Launch von PancakeSwap dann vollzogen wird. Hier seht ihr nochmal das Core-Team, die ganzen Mitarbeiter, die also in dem Team arbeiten und eben auch Robert Grin, der als strategischer Partner und Business Angel hier mitfungiert. Er gehört zum Beispiel zu der Forbes 100 Richest List, also definitiv eine Person, von der man gehört haben kann. Eine Persönlichkeit, die bereits in der Vergangenheit das eine oder andere große Projekt umgesetzt hat und von TenCET überzeugt ist, also auch hier strategisch mit dabei ist. Das Ganze ist deswegen also so interessant, weil ich hier nicht nur ein normales Investment in einen aufstrebenden Coin vollziehen kann, sondern parallel dazu einen deflationären Token habe und auf der anderen Seite auch noch Profits durch die Investitionen von TenCET abbekomme, wenn sie zum Beispiel sich entscheiden in Coca-Cola oder in Microsoft oder andere Unternehmen zu investieren und dadurch sollte sich dann eben auch die Performance hier weiter ausweiten. Ich bin sehr gespannt, wie der Token ankommt. Mich würde eure Meinung natürlich auch interessieren, deswegen schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare und ich werde mich definitiv noch weiter mit dem Thema TenCET auseinandersetzen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen, ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!